G.M.Factory präsentiert Algernon Blackwoods unheimliche Kurzgeschichten Gelesen von Gregor Schweitzer Algernon Blackwoods unheimliche Kurzgeschichten Eine Produktion der G.M.Factory Aus dem Englischen von Michaela Meter Eine verfluchte Insel Die folgenden Geschehnisse ereigneten sich auf einer kleinen, abgelegenen Insel inmitten eines großen kanadischen Sees, dessen kühle Wasser den Einwohnern von Montreal und Toronto in den heißen Monaten eine Zuflucht der Ruhe und Erholung waren. Wahrlich zu bedauern ist nur, dass solch Ereignisse, die für jeden von eigentümlichem Interesse sein dürften, der sich ernsthaft mit Psychologie auseinandersetzt, meist völlig unbestätigt bleiben. Dies ist jedoch leider der Fall. Unsere eigene, fast 20-köpfige Gruppe war an eben jenem Tag nach Montreal zurückgekehrt und hatte mich für ein oder zwei weitere Wochen alleine zurückgelassen, da ich noch einiges an Gesetzestexten durcharbeiten musste, die ich törichterweise den Sommer über vernachlässigt hatte. Es war spät im September, und die großen Forellen und die Maskis rührten sich in den Tiefen des Sees und begannen nun langsam an die Oberfläche zu kommen, da Nordwinde und der frühe Frost deren Temperatur abkühlten. Die Ahornbäume hatten sich bereits kaminrot und goldgelb gefärbt und das wilde Lachen der Seetaucher halte in den geschützten Buchten wieder, wo ihr eigentümlicher Schrei im Sommer gänzlich unbekannt war. Mit einer ganzen Insel nur für mich allein, einer zweistöckigen Hütte, einem Kanu und nur den Streifenhörnchen und dem wöchentlichen Besuch des Bauern mit Eiern und Brot, die mich unterbrachen, konnten die Voraussetzungen, eine solch zähe Lektüre zu bewältigen, gar nicht besser sein. Doch es kommt wie immer auf die Umstände an. Der Rest der Gruppe war mit vielen Warnungen abgereist, ich solle mich vor Indianern hüten, und ich solle nicht so lange hierbleiben, dass mich der Frost überrasche, denn er könne leicht auf vierzig Grad unter Null fallen. Nachdem sie gegangen waren, machte sich die Einsamkeit meiner abgeschiedenen Situation unangenehm bemerkbar. Da gab es keine anderen Inseln im Umkreis von sechs oder sieben Meilen, und auch wenn die Wälder des Festlandes nur ein paar Meilen hinter mir lagen, so hatte dies nicht viel zu bedeuten, da sie über große Distanzen hinweg völlig bar jeder menschlichen Besiedlung waren. Aber auch wenn die Insel jetzt völlig verlassen und still da lag, konnten die Felsen und Bäume, die zwei Monate lang fast zu jeder Stunde des Tages das Lachen und die Stimmen der Menschen wiederhallen hatten lassen, nicht umhin einige Erinnerungen an all das zu bewahren, und es überraschte mich nicht, dass ich glaubte, einen Ruf oder einen Schrei gehört zu haben, als ich zwischen den Felsen umherstreifte, und mehr als einmal glaubte ich darin, meinen eigenen Namen zu vernehmen, lauthals ausgerufen. In der Hütte gab es sechs winzige kleine Zimmer, die durch schlichte, unverputzte Wände aus Kiefernholz voneinander getrennt waren. Ein hölzernes Bettgestell samt Matratze und ein Stuhl standen in jedem Raum, aber ich fand nur zwei Spiegel, von denen einer zerbrochen war. Die Bretter knarrten so laut, als ich mich bewegte, und die Anzeichen einer Bewohnung waren noch so deutlich, dass ich kaum glauben konnte, dass ich allein war. Halb erwartete ich, jemanden zu finden, der zurückgeblieben war, immer noch dabei, Sachen in eine Kiste zu packen, mehr als sie fassen konnte. Die Tür eines Zimmers war schwergängig und ließ sich einen Moment lang nicht öffnen, und es bedurfte nur sehr wenig Vorstellungskraft, um zu meinen, dass jemand den Griff von innen festhielt, und ich, sobald ich sie dennoch öffnen würde, einem paar menschlicher Augen begegnen würde. Nach einer gründlichen Erkundung des Geschosses wählte ich ein kleines Zimmer mit einem winzigen Balkon über dem Verandadach als mein Schlafquartier. Das Zimmer war klein, aber das Bett war groß und hatte die beste Matratze von allen. Es befand sich direkt über dem Wohnzimmer, in dem ich die meiste Zeit verbringen und mich meiner Lektüre widmen würde, und das Miniaturfenster zeigte in Richtung der aufgehenden Sonne. Mit Ausnahme eines schmalen Weges, der von der Haustür und der Veranda durch die Bäume zur Bootsanlegestelle führte, war die Insel dicht mit Ahorn, Hemlocktannen und Zedern bewachsen. Die Bäume standen so dicht um die Hütte herum, dass die Äste beim leisesten Wind an das Dach und die Holzwände klopften. Wenige Augenblicke nach Sonnenuntergang wurde die Dunkelheit undurchdringlich, und zehn Meter jenseits dem Schein der Lampen, die durch die Wohnzimmerfenster leuchteten, von ihnen gab es vier, konnte man keinen Meter weit sehen und keinen Schritt mehr tun, ohne gegen einen Baum zu laufen. Den restlichen Tag verbrachte ich damit, meine Sachen aus dem Zelt ins Wohnzimmer zu schaffen, den Inhalt der Speisekammer zu überprüfen und genug Holz zu hacken, um damit zumindest eine Woche lang auszukommen. Danach war es kurz vor Sonnenuntergang, und ich umrundete in meinem Kanu zur Vorsicht ein paar Mal die Insel. Ich hatte mir dergleichen niemals träumen lassen, aber wenn ein Mann ganz auf sich gestellt ist, tut er Dinge, die ihn niemals kümmerten, befände er sich in größerer Gesellschaft. Wie einsam die Insel erschien, als ich wieder an Land ging. Die Sonne war untergegangen, und so etwas wie Zwielicht gibt es nicht in derart nördlichen Regionen. Die Dunkelheit kommt mit einem Schlag. Das Kanu an Land gezogen und Kiel oben gedreht, tastete ich mich den engen Pfad zur Veranda hinauf. Bald erstrahlte das Wohnzimmer im freundlichen Lichte der sechs Lampen, aber in der Küche, wo ich dinierte, waren die Schatten so düster und das Lampenlicht so unzureichend, dass die Sterne durch die Spalten in den Dachsparen hindurchfunkelten. Diese Nacht ging ich früh zu Bett. Obwohl es sehr ruhig war und kein Wind sich regte, waren das Knarren meiner Bettstadt und das musikalische Gurgeln des Wassers zwischen den Felsen unten nicht die einzigen Geräusche, die an meine Ohren drangen. Als ich so wach lag, wuchs die Leere des Hauses um mich herum immer mehr an. In den Gängen und verlassenen Räumen schienen unzählige Schritte wieder zu hallen, schlurfen das Rascheln von Röcken und ein konstanter Unterton wispernder Stimmen, und als mich der Schlaf dann doch noch überkam, mischten sich das Atmen und die Geräusche ganz unauffällig unter die Stimmen meiner Träume. Eine Woche ging vorüber und mit meinen Lesungen ging es erfolgreich voran. Am zehnten Tag meiner Einsamkeit dann passierte eine seltsame Sache. Ich erwachte nach sehr gutem Schlaf nur, um mich selbst in ausgesprochener Abneigung gegen meinen Raum vorzufinden. Die Luft schien mir geradezu erstickend. Je mehr ich der Ursache meiner Abneigung auf den Grund gehen wollte, desto unvernünftiger erschien sie mir. Irgendetwas hatte es mit dem Raum auf sich, das mir Angst machte. So absurd es auch klingen mag, dieses Gefühl hing sich mit äußerster Hartnäckigkeit an mich, während ich mich ankleidete und mehr als einmal bemerkte ich, wie ich zitterte. Und in dem Bewusstsein, dass hier etwas in Schieflage geraten war, versuchte ich, dem Raum so schnell wie möglich zu entfliehen. Je mehr ich darüber zu lachen versuchte, desto realer wurde es. Als ich endlich angezogen war und hinaus in den Gang trat und die Treppe hinunter in die Küche, da war mein Gefühl nichts als Erleichterung, die so nahm ich an jemanden begleitet, der gerade einer gefährlichen, hoch ansteckenden Krankheit entronnen ist. Während ich mir ein Frühstück bereitete, ging ich noch einmal alle Nächte durch, die ich in dem Raum verbracht hatte, in der Hoffnung, meine Abneigung mit irgendeiner unliebsamen Begebenheit in Zusammenhang zu bringen, die dort drinnen geschehen sein konnte. Aber das Einzige, das mir in den Sinn kam, war eine stürmische Nacht, in der ich plötzlich erwachte und die Dielen so laut quietschen hörte, dass ich überzeugt war, da befänden sich Leute im Haus. So sicher war ich mir dessen, dass ich die Stufen hinunterging, eine Waffe in der Hand, nur um die Türen und Fenster sicher verschlossen vorzufinden und ein paar Mäuse und Küchenschaben in einsamer Position auf dem Boden herumkriechend. Dies war allerdings nicht ausreichend, um eine Ursache für meinen tiefen Widerwillen zu liefern. Die Morgenstunden verbrachte ich mit beständigem Lesen, und als ich gegen Mittag eine Pause einlegte, um zu schwimmen und eine Mahlzeit einzunehmen, war ich sehr überrascht darüber, wenn man nicht sogar sagen sollte alarmiert, dass mein Widerwillen gegen den Raum noch größer geworden war, so das überhaupt möglich sein sollte. Als ich nach oben ging, um ein Buch zu holen, erfuhr ich die allergrößte Abneigung davor, den Raum zu betreten, und während ich mich darin befand, war ich mir beständig eines unangenehmen Gefühls bewusst, das zur Hälfte Unruhe und zur Hälfte eine dunkle Vorahnung war. Dies hatte zur Folge, dass ich, anstatt zu lesen, den Nachmittag auf dem Wasser beim Rudern und Fischen verbrachte, und als ich gegen späten Abend heimkehrte, brachte ich ein halbes Dutzend delikater Schwarzbarsche für das Abendessen und für die Speisekammer mit. Da mir mein Schlaf zu dieser Zeit recht heilig war, beschloss ich, sollte sich meine Abscheu gegen den Raum als unverändert stark herausstellen, meine Bettstadt nach unten in das Wohnzimmer zu verlegen, um dort zu schlafen. Dies konnte man, so sagte ich mir, als Zugeständnis an eine absurde, ja fantastische Angst bezeichnen, bloß als eine Vorkehrung, um eines guten Schlafes sicher sein zu können. Eine schlechte Nacht bedeutete, die Qualität meiner Studien des nächsten Tages aufs Spiel zu setzen, und dies war ich nicht bereit, in Kauf zu nehmen. Deshalb brachte ich meine Schlafsachen ins Untergeschoss und breitete sie in einer Ecke des Wohnzimmers auf mit Blick auf die Tür, und ich war über alle Maßen froh, als ich damit fertig war und sich die Tür zum Schlafzimmer endgültig vor den dahinterliegenden Schatten, der Stille und der seltsamen Angst, die sich das Zimmer teilten, verschloss. Der krächzende Schlag der Küchenuhr schlug acht Uhr, als ich den Abwasch meiner wenigen Teller beendete und die Küchentür hinter mir schließend den Aufenthaltsraum betrat. Alle Lampen waren an, und ihre Schirme, die ich während des Tages abgestaubt hatte, warfen ihren hellen Schein in den Raum. Die Nacht draußen war still und warm, nicht ein Lüftchen rührte sich. Das Wasser war ruhig, die Bäume bewegungslos, und schwere Wolken hingen wie ein alles erdrückender Vorhang vor dem Himmel. Die Dunkelheit schien sich mit unüblicher Schnelligkeit herniedergesenkt zu haben, und nicht das fernste Glühen irgendeiner Farbe war übrig geblieben, um daran zu erinnern, wo die Sonne untergegangen war. Da lag spürbar etwas in der Luft, diese unheilvolle und überwältigende Stille, die so oft den gewaltigsten Stürmen vorangeht. Ich setzte mich mit unüblich klarem Verstand an meine Bücher und mit dem Wissen in meinem Herzen, dass fünf Schwarzbarsche im Kühlhaus lagen und dass morgen früh der Farmer mit frischem Brot und Eiern vorbeikommen würde. Schon bald war ich in meine Bücher vertieft. Mit dem Voranschreiten der Nacht wurde die Stille immer tiefer. Sogar die Streifenhörnchen waren still, und die Bretter von Böden und Wänden hatten aufgehört zu knarren. Ich las beständig, bis aus den düsteren Schatten der Küche der heisere Ton der Uhr erklang, die Neuen schlug. Und wie laut die Schläge doch klangen! Sie waren wie Hiebe eines riesigen Hammers. Ich schlug das Buch zu, um mich einem anderen zu widmen, mit dem Gefühl, dass ich mich für meine Arbeit gerade aufwärmte. Dies wehrte jedoch nicht lange. Ich ertappte mich dabei, wie ich dieselben Paragrafen zweimal und öfter las, simple Paragrafen, die keiner solchen Aufmerksamkeit bedurften. Dann bemerkte ich, wie mein Geist abschweifte zu anderen Dingen, und die Anstrengung, die es bedurfte, meine Gedanken zu bündeln, wurde von Mal zu Mal größer. Mich zu konzentrieren wurde immer schwieriger. Ich stellte fest, dass ich zwei Seiten weitergeblättert hatte anstatt einer, und ich den Fehler nicht einmal bemerkt hatte, bis ich die ganze Seite durchgelesen hatte. Dies wurde zu einem ernsthaften Problem. Aber was war der störende Einfluss? Körperliche Ermüdung konnte es nicht sein. Dem widersprach, dass mein Verstand in unüblicher Alarmbereitschaft war und somit in empfänglicherer Verfassung als sonst. Ich unternahm einen neuen, diesmal entschlossenen Versuch zu lesen, und für eine kurze Zeitspanne hatte ich auch Erfolg damit, meine Konzentration wieder auf das Wesentliche zu richten. Doch dann, nach einigen Momenten, fand ich mich erneut in meinen Stuhl zurückgelehnt, wie ich in die Luft starrte. Irgendetwas ging augenscheinlich in meinem Unterbewusstsein vor. Da war etwas zu erledigen, etwas, das ich vernachlässigt hatte. Vielleicht stand ja die Küchentür offen, oder die Fenster waren nicht geschlossen. Gleich ging ich nachsehen, doch ich fand sie verschlossen. Vielleicht war es das Feuer, das der Überprüfung bedurfte. Ich sah auch danach, doch es war alles in Ordnung. Ich kontrollierte die Lampen, ging nach oben, um in jedes der Schlafquartiere zu sehen, dann ging ich um das ganze Haus herum, und sogar in das Eishaus ging ich. Nichts war falsch, alles stand an seinem Platz. Dennoch war hier irgendetwas nicht in Ordnung. Die Überzeugung wuchs und wuchs in mir. Als ich mich endlich wieder über meinen Büchern niederließ, um zu lesen, wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass es im Raum kälter zu werden schien, und das, obwohl der ganze Tag drückend warm gewesen war und auch der Abend keine Erleichterung gebracht hatte. Die sechs großen Lampen alleine reichten ja schon aus, um den Raum aufs Angenehme zu erwärmen. Aber die Kühle, die vielleicht vom See heraufgekrochen sein mochte, machte sich im Raum bemerkbar und veranlasste mich schließlich aufzustehen und die Glastür hinaus auf die Veranda zu schließen. Für einen kurzen Moment stand ich da und blickte den Lichtkegel entlang, der aus den Fenstern fiel, und eine geringe Distanz den Pfad hinunter zurücklegte und ein paar Fuß weit über den See schien. Und als ich so blickte, sah ich ein Kanu in den Lichtschein gleiten. Und so schnell es ihn passiert hatte, war es auch wieder in der Dunkelheit verschwunden. Es war vielleicht hundert Fuß von der Küste entfernt und bewegte sich sehr rasch. Ich war überrascht, ein Kanu die Insel während der Nacht abfahren zu sehen, erst recht, weil alle Sommergäste von der anderen Seite des Sees schon vor Wochen abgereist waren und die Insel weit außerhalb jeden Wasserverkehrs lag. Von diesem Zeitpunkt an ging mein Lesen nicht mehr gut voran, denn aus welchen Gründen auch immer, das Bild dieses Kanus, das so schemenhaft und rasch auf schwarzen Wassern durch den schmalen Streifen Licht geglitten war, zeichnete sich mit ausgesprochener Klarheit vor dem Hintergrund meines geistigen Auges ab und ließ mich nicht mehr los. Es erschien beständig zwischen meinen Augen und der gedruckten Seite. Je länger ich daran dachte, desto verwundeter war ich über die Sache. Es war größer gebaut gewesen als alle, die ich über die Sommermonate gesehen hatte und ähnelte mehr den alten indianischen Kriegskanus mit ihrem großen geschwungenen Bug und Heck und weiter ausfallender Breite. Je mehr ich mich mühte zu lesen, umso weniger waren meine Versuche mit Erfolg beschienen. Letztendlich klappte ich meine Bücher zu und ging auf die Veranda hinaus, um ein bisschen auf und ab zu gehen und die Kälte aus meinen Knochen zu bekommen. Die Nacht war völlig still und so dunkel wie nur vorstellbar. Ich stolperte den Pfad hinunter zu dem kleinen Anlegeplatz, wo das Wasser kaum hörbar unter den Balken gurgelte. Von weit über dem See, vom Festland her, erklang das Geräusch eines mächtigen, fallenden Baumes und trieb Echos durch die schwere Luft, als wäre es der erste Schuss eines nächtlichen Angriffs. Kein anderes Geräusch unterbrach die Stille, die vollkommen war, und als ich da auf der Plattform des Anlegeplatzes stand, in dem Lichtstreif, der von den Fenstern des Wohnzimmers her auf mich fiel, sah ich ein weiteres Kanu durch das unstete Licht auf dem Wasser gleiten und gleich wieder in der undurchdringlichen Düsternis jenseits davon verschwinden. Dieses Mal sah ich es deutlicher als beim ersten Mal. Wie das vorige Kanu war es eine große Barke aus Birkenholz mit hochgeschwungenem Bug und Heck und breitem Kiel. Darin ruderten zwei Indianer, von denen derjenige im Heck, der Steuermann, ein sehr großer Mann zu sein schien. Ich sah dies sehr deutlich, und obwohl das zweite Kanu der Insel viel näher war als das erste, entschied ich, dass die beiden sich auf dem Heimweg befinden mussten in das Indianerreservat, welches sich etwa 15 Meilen entfernt auf dem Festland befand. Ich fragte mich im Stillen, was irgendeinen Indianer hier hinunter an den See führen könnte, und das zu so nächtlicher Stunde, als ein drittes Kanu von genau derselben Bauart und ebenfalls mit zwei Indianern besetzt das Ende des Anlegeplatzes passierte. Diesmal war das Kanu dem Ufer bedeutend näher, und plötzlich schoss mir durch den Kopf, dass es sich bei den drei Kanus in Wirklichkeit um ein und dasselbe handelte, und nur dieses eine die Insel umrundete. Das war mitnichten eine angenehme Vorstellung, denn wenn dies die Erklärung für das ungewöhnliche Auftauchen der drei Kanus an diesem verlassenen Teil des Sees zu so später Stunde sein sollte, dann konnte die Absicht der zwei Männer vernünftigerweise nur damit erklärt werden, dass sie irgendetwas von mir wollten. Ich hatte noch nie davon gehört, dass Indianer versucht hätten, den Siedlern, die das wilde, unwirtliche Land mit ihnen teilten, irgendeine Gewalt anzutun. Auf der anderen Seite war es auch nicht ganz jenseits allen Vorstellbaren. Dann aber schlug ich mir solche abscheuliche Möglichkeiten aus dem Kopf, und sofort kamen mir alle möglichen anderen Erklärungen für derlei Probleme in den Sinn, und sie fielen mir nur allzu bereitwillig ein, hielten jedoch einer näheren Betrachtung kaum Stand. Währenddessen trat ich rein instinktiv aus dem Lichtschein zurück, in dem ich bisher gestanden hatte, und wartete im schützenden Schatten eines Felsens ab, ob das Kanu noch einmal in Erscheinung treten würde. Ich konnte gut sehen, ohne selbst gesehen zu werden, und meine Vorsicht schien sich bezahlt zu machen. Nach weniger als fünf Minuten trat das Kanu, genau wie ich es erwartet hatte, zum vierten Mal in Erscheinung. Dieses Mal war es keine zwanzig Yard vom Bootsanlegeplatz entfernt, und ich konnte daraus erahnen, dass die Indianer beabsichtigten, anzulegen. Ich erkannte in den zwei Männern dieselben wie zuvor, und der Steuermann war in der Tat ein riesiger Kerl. Es war ohne Zweifel dasselbe Kanu. Es konnten nicht länger Zweifel daran bestehen, dass die Männer die Insel aus irgendeinem Zweck mehrmals umrundet hatten und eine Möglichkeit anzulegen abwarteten. Ich strengte meine Augen an, um ihnen durch die Dunkelheit zu folgen, aber die Nacht hatte sie völlig verschluckt, und nicht einmal der schwächste Streich ihrer langen, kraftvollen Ruderschläge drang an meine Ohren. Gleich würden sie erneut herum sein, und dieses Mal wäre es möglich, dass sie an Land kamen. Es schien mir angebracht, vorbereitet zu sein, denn ich wusste nichts über deren Intentionen, und zwei Mann gegen einen, noch dazu waren es zwei riesenhafte Indianer, zu spätnächtlicher Stunde auf einer einsamen Insel, das war nicht ganz meine Vorstellung von einem erfreulichen Zusammentreffen. In einer Ecke des Wohnzimmers gegen die hintere Wand gelehnt, stand mein Gewehr der Marke Marlin mit zehn Patronen im Magazin und einer wohl verwahrten im gefetteten Verschluss. Es war an der Zeit, zum Haus zurückzugehen und mich in dieser Ecke zu verschanzen. Ohne das geringste Zögern lief ich zur Veranda hoch, indem ich mich zwischen den Bäumen bewegte, um im Lichtschein nicht gesehen zu werden. Ich stürzte in den Raum, schloss die Tür zur Veranda hinter mir und machte so schnell ich konnte alle sechs Lampen aus. Sich in einem Raum aufzuhalten, der so hell erleuchtet war, dass jede meiner Bewegungen draußen gut zu sehen sein würde, während ich nichts sehen konnte außer undurchdringliche Finsternis vor jedem Fenster, war nach allen Regeln der Kriegskunst ein unnötiges Zugeständnis an den Feind. Und dieser Feind, wenn es denn einer war, war zu gerissen und gefährlich, um ihm derartige Vorteile zu gewähren. Ich stand in der Ecke des Raumes mit dem Rücken zur Wand und meiner Hand auf dem kalten Gewehrlauf. Der Tisch, der mit meinen Büchern übersät war, stand zwischen mir und der Tür, aber in den ersten Minuten, nachdem ich die Lichter ausgemacht hatte, war die Dunkelheit so allumfassend, dass ich nichts voneinander unterscheiden konnte. Dann wurden all allmählich die Umrisse des Raumes sichtbar und die Fensterrahmen begannen sich schemenhaft vor meinen Augen abzuzeichnen. Nach ein paar Minuten wurden die obere gläserne Hälfte der Tür und zwei Fenster, die auf die vordere Veranda hinausgingen, um einiges deutlicher, und dafür war ich dankbar, denn falls die Indianer zum Haus heraufkamen, würde ich ihr auftauchen sehen und vielleicht ihre Absichten erkennen können. Damit hatte ich mich nicht getäuscht, denn jetzt drang das dumpfe Geräusch eines anlegenden Kanus, das vorsichtig über den Fels gezogen wurde, an meine Ohren. Die Ruder wurden, wie ich vernahm, darunter platziert, und die Stille, die darauf folgte, legte ich zu Recht dahingehend aus, dass die Indianer dabei waren, sich zum Haus hinaufzuschleichen. Es wäre lächerlich, zu behaupten, dass ich nicht beunruhigt gewesen wäre, ja sogar verängstigt, angesichts des Ernsts dieser Situation und ihres möglichen Ausgangs. Es entspricht aber auch den Tatsachen, wenn ich sage, dass ich mich durch die Angst um mich selbst nicht überwältigen ließ. Ich war mir bewusst, dass ich in dieser Phase der Nacht in eine physische Verfassung geriet, in welcher meine Empfindungen nicht mehr als normal bezeichnet werden konnten. Physische Angst hielt zu keiner Zeit Einzug in das Wesen meiner Gefühle, und auch wenn ich die ganze Nacht über die Hände nicht von meinem Gewehr nahm, war ich zu jeder Zeit sicher, dass sein Gebrauch nur geringe Nutzen bieten würde gegen die Schrecken, denen ich mich gegenüber sah. Zum wiederholten Male schien mir auf seltsame Weise, ich sei gar kein realer Teilnehmer dieser Vorgänge oder direkt in sie verwickelt, sondern vielmehr bloß ein Beobachter. Ein Beobachter, der sich mehr auf spiritueller Ebene als auf einer körperlichen befand. Viele meiner Empfindungen in dieser Nacht waren zu vage für eine genaue Beschreibung oder Analyse, aber das Gefühl, das mich bis ans Ende meiner Tage begleiten wird, ist der furchtbare Schrecken all dessen und die elende Befürchtung mein Verstand würde, wenn diese Art von Anspannung noch ein wenig länger andauerte, als es bis jetzt der Fall war, unweigerlich aus den Fugen geraten. Ich stand die ganze Zeit überregungslos in meiner Ecke und wartete geduldig auf, was immer da kommen mochte. Das Haus war so still wie ein Grab, aber die unartikulierten Stimmen der Nacht sangen in meinen Ohren und ich bildete mir ein, das Blut in meinen Venen rauschend zu hören, die meinen Puls antrieben. Falls die Indianer zur Rückseite des Hauses kommen sollten, würden sie die Küchentür und das Fenster gut verschlossen vorfinden. Dort würden sie nicht hineinkommen, ohne dabei erhebliche Geräusche zu verursachen, welche ich auf jeden Fall hören würde. Der einzige Weg ins Haus führte also durch die Tür vor mir und meine Augen waren auf diese Tür geheftet und ich sah nicht den Bruchteil einer Sekunde weg. Meine Sicht gewöhnte sich jede Minute mehr an die Dunkelheit. Ich sah den Tisch, der den Raum beinahe ausfüllte und zu beiden Seiten nur einen schmalen Durchgang ließ. Ebenso konnte ich die geraden Lehnen der Stühle ausmachen, die dagegen geschoben waren und sogar meine Papiere und das Tintenfass konnte ich jetzt unterscheiden, die auf dem weißen Öltuch ausgebreitet lagen. Ich dachte an die fröhlichen Gesichter, die sich während des Sommers um diesen Tisch versammelt hatten und ich sehnte mich nach dem Sonnenlicht, wie ich mich noch nie danach verzehrt hatte. Weniger als drei Schritte zu meiner Linken führte der Durchgang zur Küche und die Treppe zu den Schlafräumen nahm dort ihren Ausgang, beinahe noch im Wohnzimmer. Durch die Fenster konnte ich die dunklen, regungslosen Umrisse der Bäume sehen. Nicht ein Blatt rührte sich, nicht ein Ast bewegte sich. Es waren ein paar Momente dieser entsetzlichen Stille, dann wurde ich eines leisen Tritts auf den Dielen der Veranda gewahr, so verstohlen, dass ich es eher fühlen als hören konnte. Gleich darauf verdunkelte ein schwarzer Umriss den Glasausschnitt der Tür und ich konnte ein Gesicht erkennen, das gegen die oberen Scheiben gedrückt wurde. Ein Schauder lief mir den Rücken hinunter und mir war, als stünde mir das Haar in allen Richtungen vom Kopf her ab. Es war die Gestalt eines Indianers, breitschultrig und riesenhaft, in der Tat die hünenhafteste Statur eines Mannes, die ich je außerhalb einer Zirkusmanage gesehen hatte. Aufgrund irgendeiner Lichtquelle, die nirgendwo anders als im Gehirn ihren Ausgangspunkt zu haben schien, konnte ich das derbe, dunkle Gesicht sehen, mit der Adlernase und den hohen Wangenknochen, die sich gegen das Glas pressten. Die Blickrichtung konnte ich nicht ausmachen, aber schwache Lichtpunkte in den rollenden Augen und dem Weißen darin machten mir deutlich klar, dass keine Ecke des Raumes ihrem Spähen entging. Für volle fünf Minuten schien die dunkle Gestalt dort zu stehen, die gewaltigen Schultern vorgeneigt, um durch das niedriger gelegene Glas spähen zu können, während dahinter nicht einmal ansatzweise so groß die schattigen Umrisse des anderen Indianers hin- und herwankten, wie ein im Wind schwankender Baum. Während ich in einem Zustand quälender Anspannung und Erregung auf ihre nächsten Bewegungen wartete, liefen eisige Schauer mein Rückgrat hinauf und hinunter und mein Herz schien immer wieder auszusetzen, um dann mit besorgniserregender Heftigkeit weiterzuschlagen. Sie mussten sein Schlagen, das Rauschen des Blutes in meinem Kopf ganz einfach hören können. Zudem wurde mir, als ich kalten Schweiß mein Gesicht hinabströmen fühlte, der dringende Wunsch bewusst zu schreien, zu kreischen, gegen die Wände zu hämmern wie ein Kind, Lärm zu machen, irgendetwas zu unternehmen, das die Anspannung von mir nehmen und die Dinge zu einem rascheren Höhepunkt führen würde. Es war vielleicht dieses Bedürfnis, das mich eine weitere Feststellung machen ließ. Denn als ich versuchte, mein Gewehr, das hinter mir lehnte, zu heben, um es schussbereit auf die Tür zu richten, wurde mir klar, dass ich völlig bewegungsunfähig war. Die Muskeln, erstarrt von dieser fremdartigen Furcht, gehorchten meinem Willen nicht mehr. Dies war in der Tat eine grässliche Komplikation. Nun wurde leise am Türknauf gerüttelt und die Tür wurde einen Spalt breit aufgedrückt. Eine Pause von ein paar Sekunden und sie wurde etwas weiter geöffnet. Ohne jedes Geräusch von Schritten, das an meine Ohren gedrungen wäre, glitten die beiden Gestalten in den Raum und der zu hinterst befindliche Mann schloss die Tür leise hinter sich. Nun waren sie alleine mit mir zwischen den vier Wänden. Konnten sie mich dort stehen sehen, so regungslos und gerade in meiner Ecke? Hatten sie mich vielleicht bereits entdeckt? Mein Blut pochte und dröhnte wie die Trommeln in einem Orchester und auch wenn ich mein Bestes gab, um flach zu atmen, klang es als würde der Wind durch ein zu enges Rohr blasen. Mein angespanntes Warten auf den nächsten Schritt war bald beendet, aber nur um einer neuen, noch größeren Bedrohung Platz zu machen. Die Männer hatten bisher kein Wort gewechselt, sich nicht einmal ein Zeichen gegeben, aber es machte den Anschein, als wollten sie den Raum gänzlich durchqueren und welchen Weg sie auch nehmen würden, dazu mussten sie den Tisch umrunden. Wenn sie dies nun auf meiner Seite täten, so kämen sie bis eine Handbreit an mich heran. Während ich mir noch diese wenig erstrebenswerte Möglichkeit vor Augen führte, bemerkte ich, dass der kleinere Indianer, kleiner nur im Vergleich, plötzlich seine Arme hochriss und zur Zimmerdecke deutete. Der andere Kerl hob den Kopf und folgte der Richtung seines Deutens. Endlich verstand auch ich. Sie waren im Begriff nach oben zu gehen und der Raum direkt über uns, in dessen Richtung sie nun deuteten, war bis zu dieser Nacht mein Schlafquartier gewesen. Es war der Raum, in welchem ich an eben jenem Morgen dieses seltsame Gefühl der Angst erlebt hatte, und wäre sie nicht gewesen, hätte ich jetzt wohl schlafend in meinem schmalen Bett neben dem Fenster gelegen. Jetzt begannen die Indianer, sich lautlos durch den Raum zu bewegen. Sie waren auf dem Weg zur Treppe nach oben und sie wählten zur Umrundung meine Seite des Tisches. Ihre Bewegungen waren so verstohlen, ich hätte sie niemals gehört, wären meine Nerven nicht so übernatürlich gespannt gewesen. Dadurch wurde ihr Katzengleicher Tritt für mich vernehmbar. Wie zwei riesige schwarze Raubkatzen kamen sie um den Tisch herum auf mich zu und zum ersten Mal fiel mir auf, dass der kleinere der beiden etwas auf dem Boden hinter sich herschliff. Wie es da so über den Boden gezogen wurde, mit einem weichen schleifenden Geräusch, bekam ich irgendwie den Eindruck, dass es sich um ein großes totes Ding mit ausgebreiteten Schwingen handelte oder um einen breit gefächerten Ast einer Zeder. Was auch immer es war, ich konnte nur seine Umrisse erkennen und ich war zu sehr in Panik, selbst wenn ich die Beherrschung über meine Muskeln wiedergewonnen hätte, um meinen Kopf zu drehen und seine Natur weiter zu erforschen. Sie kamen näher und näher. Der Vordere legte eine riesige Hand auf die Oberfläche des Tisches. Meine Lippen waren wie versiegelt und mein Atem schien mich zu verbrennen. Ich versuchte meine Augen zu schließen, damit ich nicht sehen würde, wenn sie an mir vorbeigingen, aber meine Lieder waren gelähmt und versagten mir den Dienst. Würde ich das alles jemals hinter mir haben? Jegliches Gefühl schien auch aus meinen Beinen gewichen zu sein und es war als stünde ich auf bloßen Stützen aus Holz oder Stein und schlimmer noch. Ich war nun sicher, dass ich das Gleichgewicht verlieren würde, die Kraft gerade zu stehen oder mich auch nur gegen die Wand in meinem Rücken zu lehnen. Irgendeine Kraft zog mich nach vorn und die Angst, die Balance zu verlieren und nach vorne gegen die Indianer zu kippen, just in dem Moment, in dem sie an mir vorbeikämen, machte mich schwindeln. Aber sogar Momente, die sich zu Stunden hin zogen, mussten doch irgendwann zu einem Ende kommen. Und dann, noch bevor ich verstanden hatte, waren die Gestalten an mir vorüber und dabei die Treppen zu den oberen Schlafräumen zu erklimmen. Keine Armlänge hatte mehr zwischen uns gelegen und immer noch konnte ich den kalten Luftzug spüren, der ihnen folgte. Sie hatten mich nicht berührt und ich war überzeugt davon, dass sie mich nicht gesehen hatten. Entgegen meiner Befürchtungen hatte auch das nachschleifende Dinge auf dem Boden meine Füße nicht berührt und angesichts der Begebenheiten war ich sogar für die kleinste Gnade dankbar. Doch auch das Zurückweichen der Indianer aus meiner unmittelbaren Umgebung brachte nur geringe Erleichterung. Ich stand zitternd und schaudernd in meiner Ecke und kaum fähig einen tieferen Atemzug zu tun fühlte ich mich um nichts besser. Auch wurde mir bewusst dass dieser bestimmte Lichtschein der mir ohne bestimmbare Quelle oder Strahlen ermöglicht hatte ihren Gesten und Bewegungen zu folgen mit ihrem Verschwinden aus dem Raum gewichen war. Eine unnatürliche Finsternis erfüllte jetzt den Raum und durchdrang jede Ecke so dass ich kaum die Position der Fenster und der Glastür ausmachen konnte. Wie ich schon sagte meine Verfassung war ganz augenscheinlich eine außergewöhnliche. Die Möglichkeit Überraschung zu empfinden schien mir so wie das in Träumen der Fall ist abhanden gekommen. Meine Sinne nahmen mit unüblicher Präzision jede kleinste Begebenheit wahr, aber es gelang mir nicht auch nur die einfachsten Schlüsse daraus zu ziehen. Schon bald erreichten die Indianer den oberen Treppen Absatz und dort hielten sie für einen Moment inne. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was sie als nächstes vorhatten. Es sah aus, als zögerten sie. Sie lauschten aufmerksam. Dann hörte ich einen von ihnen, gemessen am Gewicht seines schleichenden Schrittes musste er der Gigant der beiden sein, den engen Gang durchqueren und den Raum betreten, der direkt über mir lag, meinen eigenen kleinen Schlafraum. Ohne die Beharrlichkeit dieser unerklärlichen Bedrohung, die ich diesen Morgen durchlebt hatte, würde ich genau in diesem Moment in dem Bett gelegen haben, mit dem riesenhaften Indianer neben mir. Für den Zeitraum von etwa hundert Sekunden lang war da Stille, von einer Art, wie sie gewesen sein musste, bevor der erste laut geboren ward. Ihr folgte ein langes Zittern des Kreischen puren Schreckens, das hinaus in die Nacht schrillte und bevor es seinen vollen Umfang erreichen konnte, in einem röchelnden Japsen erstarb. Im selben Moment verließ der andere Indianer seinen Platz am oberen Stiegenende und folgte seinem Kameraden in den Schlafraum. Ich vernahm das Ding, das hinter ihm her durch den Flur geschliffen wurde. Ein dumpfer Aufschlag folgte, als würde etwas Schweres fallen, und dann war alles wieder so reglos und still wie zuvor. Es war an diesem Punkt, dass die Atmosphäre, den ganzen Tag schon überladen von Elektrizität eines heftigen Sturms, sich bahnbrach in zuckenden Blitzen von brillanter Helligkeit einhergehend mit ohrenbetäubenden Donnerschlägen. Für fünf Sekunden wurde jeder Gegenstand in dem Raum mit erstaunlicher Deutlichkeit sichtbar für mich, und durch das Fenster hindurch konnte ich die Stämme der Bäume in rollte und dröhnte über den See und zwischen den entfernten Inseln, und dann öffneten sich die Schleusen des Himmels und entließen den Regen in strömenden Sturzbächen. Die Tropfen prasselten mit lautem Rauschen auf die stillen Wasser des Sees, die sich erhoben, um ihnen zu begegnen, und platschten mit dem Rattern von Gewehrfeuer auf die Blätter der Ahornbäume und das Dach des Landhauses. Gleich darauf zerschnitt ein weiterer Blitz, noch hellstrahlender und von längerer Dauer als der erste den Himmel vom Zenit zum Horizont und tauchte den Raum für einen Moment in blendende Helligkeit. Ich konnte den Regen draußen auf den Blättern und Ästen glitzern sehen. Plötzlich kam Wind auf und in weniger als einer Minute brach mit aller Macht der sturmlos, der sich den ganzen Tag über zusammen gebraut hatte. Unter all dem Lärmen der Elemente war dennoch jeder noch so leise laut aus dem oben liegenden Raum vernehmbar und in den wenigen Sekunden der Stille, die auf den Schrei des Schreckens und des Schmerzes gefolgt waren, wurde mir klar, dass es erneut Bewegung da oben gab. Die Männer waren dabei, den Raum zu verlassen und näherten sich dem oberen Treppen Absatz. Eine kurze Pause und sie begannen mit dem Abstieg. Ich konnte auch das hinterhergezogene etwas hören, wie es bei jedem Schritt einen Schlag von sich gab. Doch jetzt war es viel schwerfälliger. Ich erwartete ihr Auftauchen mit einem Grad an Ruhe, beinahe schon Teilnahmslosigkeit, der nur damit erklärbar war, dass die Natur über ihre eigenen Beruhigungsmittel verfügt, die einen barmherzigen Zustand der Taubheit übereinen bringen, sobald ein gewisser Punkt der nervlichen Qual überschritten wird. Näher kamen sie, Schritt für Schritt immer näher, mit dem schlurfenden Geräusch ihrer hinterhergezerrten Last, das lauter wurde, je näher sie kamen. Sie hatten bereits die Hälfte der Treppe hinter sich gebracht, als mich siedentheiß neuer Schrecken durchfuhr, da mir eine neue horrende Möglichkeit in den Sinn kam, denn mir wurde klar, dass ein weiterer riesiger Blitz, womöglich gerade dann vom Himmel geschleudert, wenn der schattige Zug genau auf meiner Höhe durch den Raum schlich, bedeuten würde, nicht nur ich alles wie am Tage erkennen, sondern dass ich ebenso gesehen werden konnte. Ich konnte bloß meinen Atem anhalten und warten, während Minuten sich zu Stunden dehnten und die Prozession langsam den Raum durchquerte. Die Indianer hatten nun die letzten Stufen erreicht. Die Silhouette des riesigen Anführers zeichnete sich im Türrahmen des Durchgangs ab und die Last polterte mit einem seltsamen Rums von der untersten Stufe zu Boden. Es entstand eine kurze Pause, in der ich den Indianer sich herumdrehen und Bücken sah, damit er seinem Kumpanen helfen konnte. Wieder bewegten sie sich vorwärts, betraten den Raum nahe meiner Linken und begannen dann auf meiner Seite den Tisch zu umrunden. Der Vordere war bereits an mir vorbei und sein Gefährte, der noch immer die Last hinter sich herzog und dessen unklare Umrisse ich schemenhaft ausmachen konnte, befand Im selben Moment mit der eigentümlichen Plötzlichkeit die Stürmen so oft eigen ist, ersterben sowohl Regen als auch Wind, was völlige Stille zur Folge hatte. Mein Herz schien für lange fünf Sekunden auszusetzen und dann kam es zum Schlimmsten. Ein Blitzschlag von doppelter Kraft erhellte den Raum und seinen Inhalt mit gnadenloser Klarheit. Der riesige Anführer stand nur wenige Schritte zu meiner schreckt um den nächsten Schritt zu tun, seine breiten Schultern seinem Begleiter zugekehrt und so konnte ich seine Züge in all ihrer überwältigenden Wildheit betrachten. Sein Blick war der Last zugewandt, die der zweite über den Boden zog, aber sein Profil mit der großen Adlernase, den hohen Wangenknochen, seinem glatten schwarzen Haar und breiten Kinn brannte sich in diesem kurzen gigantischen Gestalt muteten die Proportionen des Anderen an, der sich keinen halben Meter von meinem Gesicht entfernt über dem Ding, das er die ganze Zeit über hinterher zog, in gebückte Haltung begeben hatte, eine Position, die ihm grausam verzerrte Umrisse verlieh. Und die Last, die auf einem auf dem Boden schleifenden Zedernast lag, den er an einem langen Stiel umklammert hielt, war der Körper eines weißen Mannes. Der Skalb war säuberlich entfernt worden, und Wangen und Stirn waren über und über mit Blut beschmiert. Da, zum allerersten Mal in dieser Nacht, nahm der Schrecken, der meine Muskeln und meinen Willen gelähmt hatte, seinen unheiligen Zauber von mir. Mit einem lauten Aufschrei streckte ich meine Arme aus, um den größeren an der Kehle zu packen, doch was ich zu fassen bekam, das war nichts als Luft. Besinnungslos taumelte ich nach vorne und sank zu Boden. Der Körper, das Gesicht, ich hatte es erkannt, es war mein eigenes gewesen. Es war heller Tag, als mich die Stimme eines Mannes aus der Bewusstlosigkeit riss. Ich lag noch dort, wo ich war, und über mir stand der Farmer im Raum mit den Brotlaiben in Händen. Das Grauen dieser Nacht saß mir noch im Herzen, und während der feiste Siedler mir auf die Beine half und das Gewehr aufhob, das mir zu Boden gefallen war, und mir dabei jede Menge Fragen stellte und mitfühlend auf mich einsprach, wurde mir klar, dass meine spärlichen Antworten kaum zur Erklärung beitragen ja nicht einmal verständlich sein konnten. An diesem Tag verließ ich nach einer ebenso gründlichen wie fruchtlosen Durchsuchung des Hauses die Insel und begleitete den Farmer aufs Festland, wo ich die letzten zehn Tage verbringen wollte. Als die Zeit des Aufbruchs kam, hatte ich mein Studieren abgeschlossen und meine Nerven hatten ihr Gleichgewicht gänzlich wiedererlangt. Am Tag meiner Abreise brach der Farmer sehr früh in seinem großen Ruderboot auf, um all meine Sachen zu dem zwölf Meilen entfernten Anlegeplatz zu schaffen, wo ein kleines Dampfboot zweimal die Woche zur Versorgung der Jäger anlegte. Spät am Nachmittag strebte ich in meinem Kanu die entgegengesetzte Richtung an, denn ich wollte die Insel noch einmal sehen, wo ich Opfer solch unsagbarer Vorgänge geworden war. Ich kam auf direktem Weg dort an und machte einen Streifzug über die Insel. Ich besuchte auch das kleine Haus und betrat den kleinen Schlafraum im Obergeschoss, nicht ohne eine merkwürdige Empfindung in meinem Herzen. Doch es gab nichts Auffälliges zu sehen. Gerade als mein Boot wieder abgelegt hatte, sah ich ein Kanu, das mir voraus um die Biegung der Insel dahinglitt. Ein Kanu war ein unüblicher Anblick zu dieser Jahreszeit und dieses schien geradewegs aus dem Nichts aufgetaucht zu sein. Ich änderte meinen Kurs ein wenig und sah gerade noch, wie es hinter dem nächsten vorspringenden Felsen verschwand. Es hatte einen hohen geschwungenen Bug und zwei Indianer saßen darin. Ich wartete aufgeregt, ob es auf der anderen Seite der Insel wieder in Erscheinung treten würde und weniger als fünf Minuten später kam es in Sicht. Es befand sich keine hundert Meter von mir entfernt und die Indianer paddelten auf ihren Schinkeln hockend rasch auf mich zu. Niemals in meinem Leben ruderte ich schneller als in den darauffolgenden fünf Minuten. Als ich mich das nächste Mal umdrehte, hatten sie ihren Kurs geändert und wieder damit begonnen, die Insel zu umrunden. Die Sonne sank hinter den Wäldern des Festlands nieder und die purpurfarbenen Wolken spiegelten sich in den Wassern des Sees, als ich ein letztes Mal zurückblickte und das große Rindenkanu mit seinen zwei düsteren Insassen immer noch die Der See färbte sich grau und die Nacht blies ihren vorauseilenden Hauch in mein Gesicht, als ich eine Kurve beschrieb und ein überhängender Felshang beides, Insel sowie Kanu vor meinen Blicken verbarg.